Praxis Loka, die Praxis für individuelle Therapie mit Herz und Kompetenz. Denn Sprache ist mehr als leere Worte. Sprache ist Kommunikation und bringt uns unserer Familie, unseren Freunden und sogar Fremden näher. Sie ist Ausdruck unserer eigenen Persönlichkeit und hilft uns, diese der Welt zu präsentieren. Unsere Wünsche und Gedanken, unser Wissen und unser Glück in Worte zu fassen. Sei ein Teil der Welt. Wir helfen dir dabei.